Plants vs. Zombies Ich bin ein bisschen zu spät in das Spiel reingekommen. Trotzdem, mal sehen, was wir heute reißen können. Hier, meine Zombies, die nehmen schon ein und da werde ich zerstört. Klug gespielt. Ja, wenn man genau die Mine auf den Hügel legt, dann sieht man die wirklich absolut gar nicht und wir haben keinen Teleport. Okay, wir müssen uns konzentrieren. Garten einnehmen. Lieber hier gar nicht so lange rumtrödeln. So, hier noch ein Zombie. Die anderen Zombies sind immer noch unterwegs, wie es scheint. Boing! Denn wir haben auch Reichweite. Geld fliegt ziemlich weit, mein Freund. Alright. Hier durch. Na komm, na komm, na komm. Hier hin, hier hin. Und der gute alte Trickjump ist ein bisschen tricky, aber wenn er funktioniert, ziemlich nice. Na, funktioniert gerade nicht und es gibt auch gar nicht so viel Sinn. Hier. Boom. Oh shit, eine Sonnenblume. Vorsicht! Komm schon! Boah, wurde da geheilt. Wurde da geheilt. Ich habe voll in die Crowd reingezimmert und trotzdem hat irgendwie jeder überlebt. Und wir sind schon bei einer Minute 20. Jetzt muss alles wirklich schnell gehen. Ich gehe wieder von hinten rein. Ich gehe wieder von hinten rein. Ja, das tue ich. Okay, Leute. Leute, Leute, Leute. Wo ist die Motivation? Wo ist die Leidenschaft? Bam! Alles klar. Ein Problem weniger. Heilung hier hin. Wieder einer weniger. Komm schon! Leute, ich brauche hier Unterstützung. Ich bin drin. Vorsicht, Bohnen! Boah, dieser Junge geht ab. Noch eine Bohne. Und ich bin tot. Mann, Leute. Der Garten ist doch easy. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir warten hier, oder? Wir warten hier. Yes, perfekt. Dank meiner übermächtigen Vorarbeit des Todes. Bitte des Todes, ja. Da will ich doch alles ganz genau haben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alright. Und der andere wurde getötet. Na also, jetzt läuft der Laden. Kleingeld. Tödliches Kleingeld. Die Antwort auf all deine Probleme. Na ja, wirklich, Reichweite und Genauigkeit haben wir nicht, aber ich finde ihn trotzdem cool. Ich spiele ihn ganz gerne. Es gibt natürlich deutlich bessere Varianten. Ich muss sagen, der Archäologe ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes, denn er funktioniert nicht unbedingt auf Reichweite und er funktioniert auch nicht so stark wie andere im Nahkampf. Ich meine, er kann schon Schaden machen. Ganz ohne Zweifel. Vorsicht! Oh, ich hatte Glück. Aber den Kollegen konnte ich leider nicht mehr retten. War leider nicht mehr drin. Und Minen. So viele Minen. So viele grausam tödliche Minen. Hier, Heilung. Nimm meine Heilung. Ich spritze dir meine Heilung ins Gesicht. Eine wunderschöne, leckere Heilung. Okay, wir nehmen ein. Oh, da kommen meine Jungs. Auf einmal sind sie hier. Und da hinten wird auch ziemlich hart rumgemordet. Wow, wow, wow. Ich wurde geschleimt. No! Ha! Idiota! Ah, verdammt! Komm schon, was war das? Null. Null Prozent. Mit seiner letzten Kugel hat er mich weggeholt. Unfucking glaublich. So, die Bombe hier, die klebt an dir. Und Heilung hierhin. Oh, wie ich Gifterbsen hasse. Die Seuche, die Dinger. Die absolute Seuche. Tod. Hoffentlich. Komm schon, komm schon, komm schon. Nee, keine Chance. Ja, das meine ich. Wir haben nicht so den Damage wie die anderen. Er gehört wirklich nicht zu den Westen, aber trotzdem spiele ich ihn ziemlich gerne, weil irgendwie hat er was. Der Archäologe hat was. Auf seine Art irgendwie cool. Willkommen zurück. Soldat. Na, wo rennen die überall rum? Einmal. Zweimal. Und wir sollten einen nehmen, denn wir wissen, es kann ganz schnell sich zum Negativen verändern. Ich bin hier. Und wo seid ihr? Oh nein, nein, nein. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ha. Oh, komm schon. Noch eine Bohne. Kleingeld. Ah, Mist. Gifterbsen. Immer wieder diese Gifterbsen. Trotzdem gebe ich hier 110 Prozent für mein Team. Der Teleport wurde schon wieder zerstört. Okay, okay. Wie drehen wir das? Wir schauen mal, da hinten war ein Kakteen. Vielleicht kann ich die Kakteen töten. Ich versuche mein Glück. Die haben nur einen Schnapper. Das bedeutet, sie werden sehr große Probleme haben mit schweren Zombies. Also direkt hier mal ein paar Zombies holen. Moment, hier noch eine Toilette oder ein Fass. Also, rennen hier Kakteen rum. Nope. Da drüben ist einer. Okay, den hole ich mir. Vorsicht, Undercover-Keys. Undercover-Keys. Er tötet. Krass, Kakteen. Was für ein derber Typ. Den hast du keine scheiß Chance. Boom. Boom. So, muss es laufen. Noch einen weggeholt. Ich bin immer noch drin. Naja, ein bisschen was habe ich gerissen. Verdammter Schnapper. Kommt schon, Leute. Go. Bitte sagt mir, der Teleport ist hier. Sehr gut. Ich komme noch an die Front. Noch eine Undercover-Nummer. Ich weiß nicht. Möglicherweise. Vielleicht hier hin. Ah, da rennt schon eine Sonnenblume rum. Undercover-Keys. So, mega krass. Undercover. Unglaublich krass. Bam, bam, bam. Und. Bratz. Wow. Heilung. Heilung, 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 Heilung. Heilung. Achtung, Beans. Dirty Beans. Vorlagen. Vorlagen bekomme ich hier ziemlich viele. Vorsicht. Sanitäter muss hier ran. Sanitäter und. Undercover-Keys. Er lebt noch. Kaum zu glauben. Was für ein Ohrwurm. Oh, durchhalten und Heilung. Und hier kommt der nächste Heiler. Ultra-Healing. Mega-Healing-Stuff. Undercover-Keys. Okay, der Garten hier wird schwierig. Wen sehe ich da hinten? Kaktus. Wo will er hin? Der kleine Kaktus. Wo bist du? Kaktus? Hier drüben. Undercover-Keys. Er schlägt wieder zu. Oh. 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 Vorsicht. Irgendwo hier ist eine Drohne. Ich mache hier weiter Undercover-Aktion. Wir müssen nach oben. Mein Gefühl sagt mir, hier bin ich richtig. Oder? Ist hier jemand? Wie? Niemand steht hier oben und campt? Was ist da los? Was war das? Warum ist die explodiert? Sehr gut. Undercover-Keys. Wieder war noch eine. Hinter mir, vor mir, in der Mitte. Ja, ich hasse Gifterbsen. Aber. Wir haben Sachen eingenommen. Und darum geht es, oder? So, weg damit. Warum machst du hier Smog hin? Warum? Was ist der Sinn hinter so einer Aktion? Ich verstehe es nicht. Vorsicht. 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 Undercover-Keys. Willkommen zurück. Der Schnapper. Yes. Und Heilung. So macht man Punkte. Ah Mist. Das war dämlich von mir. Das war ziemlich doof. Aber. Der Laden gehört uns. Wow, 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 wow. Ich will leben. Boah, ich hasse Gifterbsen. Spielt hier jeder zweite eine Gifterbse? Fühlt sich genau nämlich so an. Jeder zweite hier ist mit einer Gifterbse unterwegs. Hey. Hey, 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 hey. Shit. Jade, Kaktus. Keine Chance. Ach, schon wieder der Kollege hier. Komm, jetzt die ganzen Nachjoiner. Geht's jetzt los? Hier rennt einer rum. Ich glaube, der Kaktus ist immer noch da oben. Davon ist auszugehen. Ich höre nämlich die Kristalle explodieren. Achtung. Heilung. Wir brauchen Heilung. Heilung. Yes. Bambus down. Wo, 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 wo? Keine Ahnung. Oh, nein, 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 nein. Jetzt bin ich tot. Go, Klo. Bring ihn um. Breche meinen Tod. Breche meinen Tod, Klo. Soll er eben da oben bleiben? Meine Zombies, die nehmen ein. Genau so. Meiner. Auf jeden Fall meiner. Ich jag den hier schon eine halbe Woche. Den Kill habe ich mehr als verdient. Und warte, ich will dich wieder beleben. Er ist weg. Oh, hier, Kleingeld. Kleingeld für mein Kleingeld. Wups, die Heilung nehme ich mit. Oh, jetzt das Finale hier wird nochmal richtig, richtig bitter. Denn die Nüsse drehen durch. Komm schon, komm schon, komm schon. Vorsicht, Vorsicht. Warum hänge ich hier an der Kante? Hinter mir war die Nuss, vor mir war die Bohne. Man weiß gar nicht, wo man hingehen soll. Und der Nächste ist gestorben. Ah, ich hätte meine Fähigkeiten nutzen müssen. Eigentlich ganz easy. So, schau vorbei, Jungs. Wir brauchen den Teleport hier. Wo ist der Teleport? Auf welcher Seite? Hier auf der? I have no idea. Aber. Wow, 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 wow. Yes. Alter, verzieht euch. Was ist denn da los? Komm schon. Ja, noch einen weggeholt. Boah, wir verlieren das Ding. Wir verlieren das Ding. Weil wir kriegen keinen Teleport. Oder haben wir den Teleport? Wir haben den Teleport. Jetzt muss ich da rein. Ich muss da rein, Jungs. Sehr gut. Vorsicht. Wow, ein Double Kill. Aber was für ein schöner. Und los. Und los. Und los. Und los. Und los. Los. Ich bin drin. Eine Minute. Und wir haben den Teleport. Wir haben den Teleport. Wir können das gewinnen, Jungs. Nein, wir haben den Teleport nicht mehr. Ah, shit. Komm, einer muss noch rein. Einer muss noch rein. Yes. Yes. Hat er eben gerade die Nuss weggestoßen. Was für ein harter Typ. Okay. Perfekt. 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 Ja, 31 Kills. Eigentlich ganz gut. Dafür, dass wir ein bisschen zu spät in die Runde reingesprungen sind. Der Begegner. Doch wir haben mal wieder gewonnen. Wie immer. Auf jeden Fall eine Bewertung da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt. Von dem geilen Scheiß hier. Ansonsten Kommentare sind gerne gesehen. Wie findet ihr denn den Archäologen? Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss.